Hallo, ich bin hier im wunderschönen Portugal. Da unten seht ihr das Meer und hier oben weht eine wunderschöne Brise. Das ist schon ein bisschen viel Augenrhythmia. So, man muss nur die richtige Einstellung haben. Was gibt es Schöneres als traute Zweisamkeit? Was sagst du dazu als Kamel? Ich bin ein Schaf. Ja, allerdings. Und was für eins? Und du bist gar kein richtiger Bauchredner. Deine Lippen bewegen sich. Jetzt halt die Klappe, ich übe ja noch. Stimmt, blöde Zicke. Also es ist wirklich nicht zu fassen. So schnell kann eine Beziehung zerrütten. Ja, ich denke, die kleinen alltäglichen Unstimmigkeiten, das sind die Beziehungskiller. Schaut es euch an. Ich gehe nicht überras lindo. Ich gehe nicht überrascht. Ich kann mich überraschend verseisen. Ich bin einig. Ich kann mich überraschend. Kalle? Warum liegt die Suppenkelle hier? Die Suppenkelle? Hast du was an den Ohren? Ja, die Suppenkelle. Vielleicht war sie müde und hat sich da hingelegt. Ah, Scherzkix. Die Suppenkelle, mein Schatz, gehört in die Suppenkelle-Schublade. Suppenkelle-Schublade? Du weißt nicht, dass wir eine Suppenkelle-Schublade haben. Suppenkelle-Schublade. Wie lange sind wir jetzt zusammen? Ein paar Jahre zu viel. Wenn euch Heike Becker und ich in diesem Video gefallen haben, dann schreibt mir, ob ihr noch weitere Beziehungskiller sehen wollt. Ja, und vor allem, Daumen nach oben. Ja, sollte es jemandem nicht gefallen haben, dann, äh, dann, äh, mir doch egal.